Energie ist allgegenwärtig. Auch in unserem Körper fließt ununterbrochen Lebensenergie und das sollte sie möglichst ungehindert tun. Energieblockaden können unter anderem zu fehlender Motivation und Konzentrationsschwäche führen. Die Methoden der Energiearbeit sind vielfältig. Sie reichen von Biofeedback, sanften Berührungen und Kinesiologie bis hin zum Einsatz von Klangschalen und Düften. Energiearbeit ist eine hervorragende Ergänzung für ärztliche, psycho- oder physiotherapeutische Behandlungen. Diesen Servicetipp widmet Ihnen die WKO Oberösterreich, die persönlichen Dienstleister.